so macht dich bereit weiter wie er losläuft lieber gleich abschießen bevor diese fische auf uns zukommt ja ist jetzt tot ja ist tot sehr dank so ich glaube über den holzstapel hier können wir auch über springen ja das sieht gut aus hast recht wo ist hier hinter gleich hier ist es super sehr gut geht es gleich weiter zum nächsten links ist auch noch eins ist auch noch eins ich meine da ja genau wir können uns auch wobei das finde ich doch ja ich auch dann lieber so zu zweit ja weil wenn man auch umgekloppt wird dann kann der andere kann ich wieder belegen und es muss echt nah sein hier hat da liegt es auch ich sehe schon das ist hier wieder diese komischen egel gibt ja die sind echt übel ja ich echt gefressen wie ein fund schmierseife jetzt geht es gleich weiter weiter gerade aus ja stimmt hier so schräg links irgendwie das muss hier auch irgendwie gleich drin sein ist das hier drin irgendwie ja da liegt sogar vorsicht ist ja achten dann mache ich mal gucken dass den gleich mit dem brandsatz erwische das ist wohl schnell lauf weg scheiße alter fleischkopf hat mich kaputt gemacht ja geiler name fleischkopf oh gott wie verträgt der diesmal wieder so dass sie mich nicht dran gewöhnen konnte dass ich er drücke zum nachladen ich finde es ist wirklich übel mit diesem nachladen ich setze mir noch mal eine spritze ich höre sie schon wieder bangern das ist mal irgendwie löschen können das war gut jetzt und jetzt haben wir das ziehen das ging aber fix wir sind in die richtung das heißt wir müssen wahrscheinlich in die hier ja und ich hier lang ich höre irgendwas ich gehe mal kurz nach oben hast du geschossen ja weil ich habe nur was gehört dann bin ich da oben gerannt nein ja gut das kommt schnell so muss man jetzt überhaupt lang die die richtung sind jetzt hier lang oder ja genau wir gucken in die richtige richtung so ich weiß jetzt nicht wir müssen wieder runter glaube ich ja so jetzt muss ich noch mal gucken da lang ne ja genau kommen wir sogar raus sehr gut und da sind die gegner ich sehe sie unsere ich sehe unsere freunde wenn du hinten auch rum hast du mich angeschossen ne 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 scheiße dann wissen sie wo wir sind ja ah der hat mich mit einem heckenschützengewehr geschossen erschossen aber sehr gut also ich fand schon geil mal einen gegner zu sehen und nicht gleich umzufallen sondern achso ich kann deinem partner zusehen ne ich bin auch durch achso mich haben sie auch erschossen sie ihr 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 介意 ihr 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 Vielen Dank.